Ray hat mir gesagt, ich habe ein Foto-Album gemacht. Was willst du machen? Ja, ein Foto-Album machen. Ich habe ein Foto-Album geboten. Süß und so. Hey, Mann ist hier. Ich fühl mich, ja? Ich fühl mich, ja? Ich fühl mich, ja? Ich fühl mich, oder was? 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 Was denn? Guck mal, wir schrutschen. Hey, Pole. Ja? Wollt ihr ein Pullover geben? Guck mal, wir schnorten ein. Ich bin doch... Mit Jacke, ich hab mir überlegt. Du gibst dir nur meine Jacke, dann sieht es keiner. Ja, mit der ur-fitten Jacke brauchst du nur ohne hinsitzen. Dann nehm ich dir mal eine braune Jacke. Ja, ich geb dir mal eine braune Jacke. Nein, nein, nein. Du brauchst nicht, ganz ehrlich. Alter, willst du jetzt mit der wicke Jacke da reinsitzen? Ja. Warum? Jetzt ist es halt warm. Verlöflich wie du, Alter. Nein, dann hab ich Backstein gemacht und Haarspray. Hab ich auch gemacht. Haarspray mit Doppel E. Haarspray. Haarspray mit Doppel E. Das ist das... Das ist das... Das ist das... Das ist das...